Unwohl würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt ein Fünf-Gänge-Menü für die kochen müsste. Weil ich das nicht kann, aber Fußballtrainer zu sein, das ist mein Beruf, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Liebe. Da stehe ich, ob vor Profis oder vor der U19, ob vor 30.000 Zuschauern, vor 300, das mache ich nicht das Geldes wegen, nicht irgendwie der Ehre weg, sondern einfach, ich mache das, weil ich das liebe von klein auf. Ein ausschlaggebender Punkt waren die zwei Spiele, die ich als Interimtrainer letztes Jahr in der zweiten Liga machen durfte und dann bin ich mehr oder weniger in diesen Fußballlehrer-Lehrgang so reingepresst worden, ohne das irgendwie abgelehnt zu haben oder mich dagegen gesträubt zu haben. Das war schon irgendwann auch ein Ziel, aber so kam das fast schon unverhofft etwas früher als vielleicht geplant und jetzt im Nachhinein sage, Gott sei Dank ist es genau so gekommen. Den Fußball werden wir alle nicht neu erfinden. Die Schwerpunkte liegen vor allem im Umgang mit dem Menschen, im Umgang mit dem Spieler, im Umgang mit Trainerkollegen, mit den Medien, dass man sich immer wieder vor Augen führt, wir haben es mit Menschen zu tun und nicht mit Nummern. Inhalte werden sich nicht mehr großartig verändern, aber auf den Mensch einzugehen, das war schon ein Schwerpunkt, der auch bei mir so hängen und haften geblieben ist und den ich unbedingt auch auf meine Arbeit schon versucht habe zu übertragen und das in der Zukunft natürlich auch noch vermehrt machen werde. Tatsächlich muss man schon auf einiges verzichten, aber zum Glück bin ich ja nicht der Erste, der es bestanden hat und auch nicht der Letzte wahrscheinlich. Gestern nach der allerletzten Prüfung bin ich schon auch mit so einer inneren Gelassenheit und Zufriedenheit, mit einer gewissen Genugtuung dann auch im Auto gesessen, schönen Tempomat eingeschaltet und das erste Mal nicht mehr hektisch aus Henne nach Karlsruhe gefahren, sondern ganz entspannt und habe einfach diese zehn Monate so Revue passieren lassen und ich muss schon auch sagen, war ein toller Kurs, weil zum einen toller Inhalte, aber vor allem auch tolle Menschen kennengelernt und ich wollte ihn nicht missen. Vom Hören sagen, der Co-Trainer war immer außerordentlich zufrieden und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie am Wochenende weniger Power im Tank hatten und dementsprechend waren sie vielleicht auch erleichtert. Der eine oder andere kennt mich schon seit der U17, wir sind im dritten Jahr zusammen und manchmal tut ja auch so eine Trennung auf Zeit von Montag bis Mittwoch ganz gut und die Freude vielleicht auch, zumindest ging es mir so, Donnerstag die Jungs wieder zu sehen, war dann vielleicht auch größer, wenn du täglich da bist. Ich hoffe natürlich, dass es auf der anderen Seite auch so ein wenig der Fall war. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.